Herzlich Willkommen bei Radio München. Warum ist eine Gesellschaft kollektiv bereit, sich Maßnahmen zu unterziehen, die ihr etwas versprechen, was nicht gesichert ist, um einen möglichen größeren Schaden, der auch nicht gesichert ist, zu verhindern? Es ist das immense Geschäft mit der Angst, sagen die einen, es ist ein Kult, sagen die anderen. Es scheint, der Mensch hat eine viel größere Affinität zu glauben, als zu wissen und Evidenz zu erkennen. Der Glaube aber benötigt Festigung mittels Ritualen, die als sichtbare Handlung eine unsichtbare Wirklichkeit der Viruserzählung vergegenwärtigt. Der Autor Gerald Ehegartner beschreibt dieses Bild in seinem bereits 2021 erschienenen Text »Das heilige Sakrament der Corona-Impfung«, den wir hier gerne noch einmal veröffentlichen wollen. Sabrina Khalil hat gelesen. Ich möchte es mit diesem Text nicht bis auf die Spritze treiben. Ganz im Gegenteil. Es wäre ein Stich ins Herz. Sollte Ihnen trotzdem das Geimpfte oder sogar der Kakao der Erstkommunion hochkommen, dann bitte ich Sie, nachsichtig zu sein. Der Text hat keinen alleinigen Wahrheitsanspruch, noch möchte er tatsächliche Erkrankungen bzw. Todesfälle kleinreden. Es geht ihm um etwas ganz anderes, um eine Dimension, die unter der Oberfläche zu finden ist. Bei den Schreibarbeiten wurde niemand verletzt und so sollte es auch beim Zuhören sein. Bei etwaigen auftretenden Nebenwirkungen fragen Sie jedoch bitte die neuen Priester, die Ärzte, Apotheker und so weiter. Es ist Zeit, wieder mal in die Kirche zu gehen. Die Tauffeier von strenggläubigen Bekannten steht an. Für mich eine willkommene Abwechslung, denn die derzeitige Situation hinterlässt ihre Spuren. Nur, wie konnte es so weit kommen? Während ich beim Eintritt in das Gebäude nach dem Weihwasser suche, fällt mein Blick auf ein blaues Fläschchen, das mir von einem braven Gehilfen gereicht wird. Das Desinfektionsmittel. Ich werde angehalten, dieses zu verwenden, also wasche ich meine Hände in Unschuld, während ich unbekannten Viren und Bakterienstämmen gleich am Kircheneingang trotz »Du sollst nicht töten« den Gare ausmache. »Hoffentlich werden auch die Kleinen sofort gegen Corona geimpft. Mein Hausarzt freut sich schon darauf. Jeder sollte geimpft sein«, höre ich einen älteren Mann nebenan sagen. Mir fällt es wie Schuppen von den Augen. Ja, das neue Weihwasser ist das Desinfektionsmittel. Und die neue Taufe, das ist die Corona-Impfung. Der Dorfpfarrer wird abgelöst, seine Rolle übernimmt nun der Hausarzt. Das neue Kirchengebäude ist die Arztpraxis, die aktuellen heiligen Hallen sind nun die Labore. Die neuen Wanderprediger der Angst verkünden ihre Botschaften nicht mehr von den Kanzeln, sie tingeln von einer Talkshow-Couch zur nächsten, um ihre Apokalypse zu reiten. Statt Theologie haben sie meist Medizin studiert, am besten die Lehre von den Sünden, die Virologie. Und auch die neuen Priester missionieren mit großem Eifer, der Teufel ist schnell an die Wand gemalt. Keine tröstlichen, ermutigenden Worte sind zu hören. Vielmehr vernehme ich Drostliche, von einem viel zu groß gewordenen Hobbit, der mit Macht, Bedeutsamkeit und Eitelkeit ringt. Er entwarf den neuen Beichtstuhl der Marke Perfectus Confessio Reus, kurz PCR, der nach mehr als 30 Beichtrunden jede gewünschte Sünde als Todsünde identifizieren kann. Alles nur aus reinster Charité. Selbstredend auch seine Verbindung zum amerikanischen Kollegen und Magier Dr. Anthony Faust. Während ich über all dies nachsinne, ertönt im Kirchenraum die Kantate »Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe«, Bachwerke Verzeichnis 25. Wie passend, will ich schon rufen, zumindest zu meinen Gedanken. Karl Sebastian Lauterbach ist einfach ein Genie. Die Viren stehen also für die neuen Sünden. Eine unsichtbare Gefahr, gegen die nur das Beichten und Taufen hilft. So erfüllen die Stäbchen die Aufgabe einer Beichte. Sie sind der neue Maßstab. Verriet die Beichte zusätzlich viel über das Innerste der Seele, so verraten die Teststäbchen viel vom Innersten des Körpers. Sie suchen zuerst einmal nach Viren, denn man steht ja in Dauerverdacht, ein Träger dieser zu sein. Hatte man früher nach langer Beichte doch endlich eine Sünde gefunden, so wurde die Sanktion Buße genannt. Jetzt wird sie als Quarantäne bezeichnet und lädt nicht minder zur Einkehr ein. Wo ist die Würde des Menschen, möchte man rufen. Waren die neuen Priester, die Ärzte, nicht schon lange Teil einer priesterlichen Tradition? In weiße Mäntel gekleidet, schreiten sie bei ihren Visiten in einer heiligen Prozession von Bett zu Bett, die Hierarchie meist strikt im Auge behaltend. Sie murmeln dabei in einer fremden, toten Sprache, die der lebendige Patient nicht zu verstehen vermag. Priesterkasten sprachen immer schon gerne ihre eigene Sprache. Die Stabsübergabe von einem religiösen zu einem wissenschaftlichen Kult. Wer sich gegen all dies kritisch äußert und dem modernen Kult, die Maske, entreißt, wird nun nicht mehr als Heide, Ketzer, Heretiker und Ungläubiger gebranntmarkt, sondern als Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger, Schwurbler, Querdenker und Wissenschaftsleugner an den modernen Pranger gestellt und, wenn nötig, vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Die neue Religion ist die Wissenschaft, die Königin der Wissenschaften, die Medizin, der Virologe, der Eingeweihte unter den Wissenschaftlern. Der Mensch verkommt zu einer Fallzahl, einem Teil einer epidemiologischen Kurve und wird von den neuen Propheten, den Simulationsexperten und Komplexitätsforschern, in deren Prophezeiungen, sprich Berechnungen, eingespeist, um dabei seine Subjektivität und Würde gleich zu Beginn der Berechnung abzulegen. Hypnotisiert blickt der moderne Mensch auf das zentrale Orakel der Welt, auf das Dashboard der Johns Hopkins University, welches mit seinem von John D. Rockefeller gegründeten Public Health Center for Health Security ein Corona-Planspiel im Vorfeld der Pandemie organisiert hatte. Die heilige Tafel bzw. das goldene Brett vor dem Kopf zeigt den internationalen Verlauf der Sünden, welcher uns sprichwörtlich in das Kaninchen vor der Schlange verwandelt. Der moderne Mensch plagt sich nun von Beginn an wieder mit unsichtbaren Feinden, den dämonischen, krankmachenden Erregern. Von wegen von Geburt an unschuldig und gesund. Nein, der Mensch ist von Beginn an verdächtig, unrein und ungesund. Ein Leben lang soll er nun beweisen, nicht schuldig und krank zu sein. Im Zweifelsfall gegen den Angeklagten. Der Eintritt in den neuen Kult und die neue Identität. Und hier hilft der Eintritt in einen rettenden Kult. Früher war dieser das heilige Sakrament der Taufe, das von der Schuld befreite. Nun ist es das heilige Sakrament der Corona-Impfung. Am Beginn des Kultes war die Taufe Erwachsenen vorbehalten, die sich bewusst für eine Lebensumkehr, eine Metanoia entschieden hatten. Doch schon bald wurde sie zu einem sofortigen Pflichteintritt in einen religiösen Kult umfunktioniert, von der Kirche als erstem großen Weltkonzern erfolgreich um den Erdball exportiert und mit Versprechungen sowie psychischer und physischer Gewalt verbreitet. Wenig blieb im Angesicht der Pflichtkindstaufe von dem ehemals lebendigen, bewussten Ritus. Gleich nach der Geburt sollte die Taufe mit der Namensgebung kombiniert werden. Die Taufe war somit auch mit einer neuen Identität verbunden, eine besonders kraftvolle Form des Initiationsrituals in einen Kult. Dieser griff damit in die spirituelle Genetik des Säuglings ein. Ist die Corona-Impfung auch mit einer neuen Identität verbunden, ein sicheres Zeichen für den Eintritt in einen Kult? Identity 2020 Systems, kurz ID2020, kommt mir als Parallele in den Sinn. Diese Organisation wirbt für eine neue digitale Identität. Der grüne Pass, der Impfpass, scheint der erste Schritt in diese schöne neue Welt zu sein. Die Kombi von Impfung und Blockchain-Identität auch gleich am besten nach der Geburt. So wird man schnell zum Objekt und in Folge zum Besitz. Wer hat nur ID2020 initiiert? Gavi, Microsoft, Bill & Melinda Gates Foundation und Rockefeller Foundation, um die wichtigsten Player zu nennen. Von Schafen und Robotern Wir erleben gerade die Stabsübergabe von einem in Wahrheit Pseudoreligiösen zu einem Pseudowissenschaftlichen Kult. Beide sind hochexpansiv und aus demselben Ungeist der Entwürdigung geschnitzt. Der neue setzt auf den alten Kult vorbildlich auf. Die Corona-Impfung steht für das neue Initiationsritual in den modernen Kult. Und Initiationsrituale können nun mal gefährlich sein. Übersetzt bedeutet dies, sie können Nebenwirkungen entfalten. Aber das verbindet die Menschen eines Kultes umso mehr. Aktuell berühren sich beide Kulte spektakulär, bevor der alte Kult in der Bedeutungslosigkeit verschwinden wird. Religiöse Bilder gehören zu den wirkungsvollsten und stärksten. Sie sind tief in unserem Unterbewusstsein verankert. Dem neuen Kult zu Beginn auch die religiöse Überhöhung mitzugeben, also auf Religion aufzubauen, fördert die Annahme des neuen Kultes. Die Herausgabe von vatikanischen Covid-Impfmünzen mit dem Bild eines jungen impfbereiten Menschen, angedachte Impfaktionen auf Friedhöfen, und Impfstraßen in Kirchen, wie zum Beispiel im Wiener Stephansdom, wo auch Kinder geimpft werden, verdeutlichen dies eindrucksvoll. Es mutet befremdlich und barbarisch an, wenn dies in der Barbara-Kapelle des Doms passiert. Lasset die Kinder zu mir kommen, war vor langer Zeit jedoch liebevoll gemeint und hatte nichts mit der Reduzierung der Kinder zu einem Objekt zu tun. Die Händler der Pharmaindustrie wären von Jesus mit Sicherheit aus dem Gotteshaus vertrieben worden. Wer der neuen Lehre jedoch nicht folgt, wird von Sektenbeauftragten in die Herde zurückgeholt. Angehörige von Impfunwilligen werden von Sektenstellen beraten. Kritik an der Impfpolitik gilt als Blasphemie. Impfungen werden als solidarisch geframed, auch wenn sie nachweislich keine sterile Immunität und somit keine Herdenimmunität aufbauen. Die neue Glaubenskongregation der Faktenchecker überwacht die eine wahre und reine Lehre. Wer die eine Wahrheit nicht anerkennen möchte, wird von den Glaubenshütern aus dem öffentlichen Raum ausgeschlossen, zensiert und, wenn nötig, an den medialen Pranger gestellt. Sie berufen sich auf das Gebot, du sollst nicht töten, denn eines ist den Inquisitoren klar, andere Meinungen töten. Der Gläubige zweifelt eben nicht. So kann die eine Wahrheit als Monokultur gedeihen, die mit ständig neuen Nachrichten künstlich gedüngt werden muss. Damit die eine wahre Lehre und das Volk gebracht werden kann, laden Medien, die eine besondere Verbindung zum Göttlichen zu haben scheinen, täglich zur modernen Abendmesse zum Abendmahl ein, der allabendlichen Berichterstattung. Gemeinsam sitzen Millionen zur selben Zeit vor ihren Endgeräten und lauschen unter dem Motto »Richte mich Gott« den Nachrichten und deren »Lehre der Angst«. Eine riesige virtuelle abgeschlossene Kathedrale der Angst baut sich jeden Abend auf. Die Echokammern der asozialen Medien nehmen sich dagegen klein und fragmentiert aus. Brauchte die alte Kirche noch brave Schafe, so fordert die neue Wissenschaftskirche funktionierende Roboter. Auch Sklaven brauchen ein Update. Benötigte der alte Kult, der eine Zeitenwende einläutete und sich über viele Länder und Kontinente erstreckte, noch Jahrhunderte um sich auszubreiten, so brach der neue Kult blitzkriegartig über uns herein. Wie eine ätherische Neutronenbombe, die zuerst das geistig Lebendige hinweg zu fegen vermag, die materielle Infrastruktur aber noch bestehen lässt. Die Kinder und Jugendlichen als sensible Seismografen der Gesellschaft spüren diese Kolonialisierung und füllen bis heute die Kinder- und Jugendpsychiatrien. Die Unsensiblen unter uns sprechen von einer verwöhnten Jugend und einem Jammern auf hohem Niveau blieb die materielle Struktur doch weitgehend verschont. Die Seele, die Psyche scheinen keine Kategorie mehr zu sein. Die Anziehungskraft der Monokultur, Ja, es ist ein Anschlag auf das Menschsein selbst, von vielen Menschen unbemerkt. Wie bei vielen Todeskulten wird der Mensch angehalten, seine Lebendigkeit abzulegen. Wenn man nur das Leben anhalte, um keine strafbaren Fehler zu machen, dann könne man den Tod im Schutze des Herdenkultes überwinden. So die absurde Haltung dahinter. Man könnte sich ja schuldig und sündig machen, andere mit dem lebendigen Atem anstecken. Brav und angepasst in der vorgefassten Box sich aufzuhalten, das ist das Ziel des Kultes. Der Stechschritt ist ihm lieber als der freie Tanz, die Masse näher als das Individuum. Die Monokultur des Kultes ist anziehend, verspricht sie doch Sicherheit vor dem vielfältigen ungesicherten Leben außerhalb des Kultes. Wer seiner Anziehungskraft trotzt, wird genötigt und erpresst. Derzeit zeigt er sich als Weltuntergangskult, der auf die Angst vor der Apokalypse setzt. Damit wir zur Initiation mittels Impfung schreiten, werden wir im Vorfeld mit Angst geimpft. Angst vor dem Tod, vor schwerem Verlauf, vor Intensivbetten Auslastung, vor neuen Mutationen, vor Long Covid und so weiter. Im Kern ist es die Angst vor dem Tod, die hier über Monate getriggert wurde. Das Gehirn stellt dabei auf Daueralarm und beginnt zu glauben anstatt zu denken. So trottet die Herde in den schützenden Stall des Kultes. Herrschende brauchen den gebückten, den entwürdigten und entmenschlichten Menschen. Die Impfung selbst ist nur der Eintritt, die Initiation, die bedenkliche Spritze des Eisbergs, welcher Transhumanismus genannt werden kann. Der lebendige, würdevolle, herzliche, erhabene, eigenverantwortliche, spirituell und sexuell potente, naturverbundene Mensch mit klarer Intuition und klarem Verstand ist dem Kult ein Feindbild. Er liebt die Angst des Schafes, die Leblosigkeit des Roboters, keinesfalls aber das Herz eines Löwen. Von ihm kann kein Kult leben. Der Ungeist des Transhumanismus und der Indigene in uns. Getaufte Menschen mussten im Laufe der Geschichte wiederholt beichten. Geimpfte müssen nun abermalig testen und ihr Taufversprechen mehrmals jährlich erneuern. Sie haben sogar das neue religiöse Symbol, die Maske, für jeden sichtbar zu tragen. Dieses pseudoreligiöse Symbol nimmt buchstäblich die Luft, den Atem des Lebens. Mag es eventuell kurzfristig Schutz bieten, in seiner ganzen Tragweite ist es ein Symbol der Unterdrückung und Lebensfeindlichkeit. Fallen der neuen Wissenschaftskirche, dem Transhumanismus, wieder dieselben wie damals zum Opfer, da sie sich der übermächtigen Herde nicht anschließen wollen, die Naturverbundenen, die lebendig Spirituellen, die Freiheitsliebenden, die Indigenen, das Weibliche an sich, die Erde selbst. Nachdem nun erstmals in der Menschheitsgeschichte die letzten Indigenen Steinzeitkulturen völlig auszusterben drohen, wer sind die neuen Indigenen? Wir? Der natürliche Mensch selbst? Der funktionierende und brave Mensch ist der ideale Typus für einen Gehorsamskult. Jegliche Lebendigkeit muss abtrainiert werden, könnte sie doch das Konzept der Auslöschung des Fehlerhaften stören. Gelangen wir selbst nun in eine Art indigenen Widerstand gegen ein Imperium, das sich neuer Mittel bemächtigt hat? Der indigene Widerstand ist bis heute lebendig und beeindruckend. Doch eines bekam er nie wirklich, den öffentlichen Raum. Diesen gilt es jetzt jedoch zu bewahren, damit wir dem Menschsein noch eine Stimme verleihen können. Im Goldrausch der Medizin, Biotechnologie und Digitalisierung, die der neuen Kirche des Transhumanismus wertvollstes Material zur Verfügung stellen, besteht die Gefahr, dass der Indigene in uns, der Mensch selbst, an den Rand gedrängt wird. Der Alarm der Stille Das Menschsein, die Menschlichkeit sind nun in höchster Gefahr. Nur die ehemals bunten Vögel schweigen und singen nicht. Wo sind die kritischen Künstler, die sonst gerne mit Blick in die eine meist selbst nicht erlebte Vergangenheit kritische Worte und Lieder fanden? Ist es der Alarm der Stille, wie wir ihn aus der Vogelsprache kennen? Kein Tier ist so mitteilsam wie der Vogel in der Natur. Wenn sich ihm eine Katze nähert, so beendet er seinen Gesang und schlägt Alarm. Nähert sich ein Sperrbar, so ändert sich die Intensität seines Alarms nochmals. Ist es im Wald mucksmäuschenstill, kein Vogel singt, zwitschert oder schlägt Alarm, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, den Alarm der Stille als Ausdruck größter Bedrohung wahrzunehmen. Kein Vogel rührt sich mehr, alle sind vor Angst erstarrt, denn irgendwo sitzt der Habicht auf einem Ast. Nur wer ist aktuell der Habicht unter den Menschen? Die Spaltung der Herde und der Kult der Verdrehung Die Spaltung in Heiden und Christen zeigt sich nun als Spaltung in Ungeimpfte und Geimpfte, die durch Druck von oben bewusst provoziert wird. Denunziantentum, Ausschluss aus der heiligen Gemeinschaft der Geimpften und die selbstgerechte Haltung neuer Tugendwächter sind Zeichen dieses neuen Kultes. Viele wollen eben, wie schon damals, zu den Guten gehören, aber wenige wollen gut sein. Mit der Herde zu laufen ist leichter, der Herdentrieb den Mächtigen wichtiger, als die Herdenimmunität. Was wir aber wirklich bräuchten, wäre eine Herdenimmunität gegenüber dem fiesesten Virus, der Angst. Doch das Geschäft mit der Angst blühte immer schon am besten, in Wahrheit aber nur für eine Minderheit. Die Angstpropaganda speist mit frisch abgesaugter Energie die stets wachsende Megamaschine. Dem Herdenschutzprogramm eine Abfuhr zu erteilen und selbst Verantwortung zu übernehmen heißt, Gefahr zu laufen, als Feind der verängstigten Herde wahrgenommen zu werden. Das Sündenbock Ritual Und innerhalb dieses Verdrehungskults findet sich das Sündenbock Ritual. Der Hohepriester projizierte alle Sünden des Volkes Israel auf einen Ziegenbock und jagte das arme Tier in die Wüste. Übersetzt heißt das nun, dass die neue Priesterkaste alle Viren aller Völker auf den neuen Sündenbock überträgt, auf die Ungeimpften aller Länder. Diese magische Projektion ist ein Phänomen der Massenpsychologie und hat mit einem grundlegenden Verständnis von Ursache und Wirkung wenig zu tun. Während wir heute den Kopf über alte Sündenböcke wie farbige Juden, Natives, Homosexuelle, Ausländer, Hexen, Ungläubige und so weiter schütteln, so spielen wir das Spiel mit den Ungeimpften nun neu. Kognitive Dissonanz lässt grüßen. Der Transfer von Geschichtswissen in die Gegenwart scheint nur selten möglich, wenn sich die Formen wandeln. Die Blindheit des Kults Der moderne Kult macht blind für die präsente Wirklichkeit und nicht anders ist auch zu verstehen, dass trotz vieler aufgedeckter Wahrheiten die Herde weiterläuft wie bisher. Wir opfern sogar unsere Kinder und Jugendlichen für einen Kult, in den wir sie gezwungen haben. Und sie fügen sich, denn sie haben das Funktionieren inhaliert und sie wollen Teil der Herde sein. Ein modernes Kinderopfer. Uns wird mit der Gatekeeping Taktik eingeredet, es gebe nur diesen einen Weg, diese eine Wahrheit, diese Hauptstraße. Abweichler werden diskreditiert, zensiert, dämonisiert, gebrandmarkt, sie werden geschickt, von der Herde getrennt, abgewertet und zum Verstummen gebracht. Demokratie aber lebt von Dissens, Vielfalt und Freiheit und nicht von einer überbordenden Cancel Culture, die angeblich gefährlichen Falschmeldungen mittels Faktencheckern und Algorithmen den Garaus macht und am Ende Einfalt und Humorlosigkeit erntet. Das Framing des Fehlerhaften und der innere Lachdown. Wer in der Nacht die Fensterscheiben einschlägt und am lichten Tag als Fensterverkäufer an der Tür klopft, dem sollte man nicht glauben. Wer Sünden und Viren aufschwatzt, um später davon befreien zu wollen, der hat seine eigene Agenda im Kopf und wenig Liebe im Herz. Nichts gegen Reinheit und Hygiene, aber religiöse Reinheits- und körperliche Hygienediktatur eines lebensfeindlichen Kultes, der vorgibt, den Tod zu besiegen, dem muss entschieden entgegengetreten werden. Der Mensch ist nicht potenziell unrein, krank und sündig. Im Gegenteil. Diese altbewährten Framings lassen ihn nur vergessen, wer er wirklich ist. Verdrängt der moderne Mensch nur allzu gerne den Tod, so wird der Corona-Tod vor die Bühne geholt und hell erleuchtet. Damit steht er stellvertretend für den Tod an sich, den wir fürchten. Sollen wir das Leben selbst herunterfahren, um nicht mehr sterben zu müssen, denn am Leben selbst sterben ja immer noch die meisten Menschen? Sollen wir uns gegen den Tod impfen lassen oder gegen das Leben selbst, an dem man letztendlich verstirbt? Ernten wir pletten inneren Lockdown, der in einen Lachdown mündet? Die Wärme des Menschseins, Nähe, Umarmungen, Berührungen, Tanzen, Singen, Lachen, Feiern, Freies Atmen, Treffen von Freunden, spontanes Handeln, das Gefühl von grundsätzlichem Gesund und Wert Sein, all das macht das Menschsein aus. Und genau das wurde einem großen Reset unterzogen. So als wären wir von Viren befallene Biocomputer, die man runterfahren könnte, um ein neues Programm raufzuspielen. Wie lange wird der andauernde Ausnahmezustand aufrechterhalten? Bis der gewünschte Umbau erfolgreich verlaufen ist? Wir stehen an einem Scheideweg. Wählen wir Liebe oder Angst? Wollen wir aufrechte, aufrichtige Menschen sein, fehlerhafte, lebendige Wesen, die beseelt und begeistert ihre souveränen Körper auf dieser heiligen Erde bewohnen? Oder wollen wir zu Robotern werden, die für wenige, deren neue Religion die Anbetung der Materie darstellt, als Sklaven dienen? Wollen wir, dass wir unsere Körper in naher Zukunft an mächtige Pharmakonzerne verpachten müssen, die diese als neue Kontinente entdecken, um frisches Gold zu schürfen? Leibeigene Roboter statt freie Menschen? Das Allerheiligste in den Tempeln war früher dem Hohepriester vorbehalten. Der Tempel des Körpers mit seinem Allerheiligsten der DNA ist kein Raum der fremden neuen Priestern und Herrschern verkauft werden darf. Wir sind die souveränen Hohepriester unseres eigenen Tempels, der uns heilig ist. Das Stehlen des Feuers als notwendiger Akt des Ungehorsams gegen die Abkühlung des Herzens. Lassen wir uns das Feuer nicht wie damals von der Religionskirche dämonisieren und nicht wie aktuell vom Transhumanismus zum Erlöschen bringen. Nicht zufällig kontrolliert die Priesterkaste, ob alt oder neu, das Feuer. Dieses Feuer der Ekstase war schon immer der Hauptangriffspunkt jener, die Macht über uns ausüben möchten. Es ist Zeit, das innere Feuer wieder in einem Akt des Ungehorsams von jenen zu stehlen, die es uns vorenthalten wollen. Gehorsam ist Feigheit in das Gewand der Tugend gekleidet. Wir sind im selben Kult wie damals gelandet, nur war dieser auf eine überirdische geistige Dimension angelegt. Jetzt zeigt er sich irdisch materiell. Beide geben vor, gegen das Böse zu kämpfen, die eine Wahrheit zu besitzen, fürchten den Tod und versprechen die Überwindung von diesem. Weigerte man sich früher, dem Kult beizutreten, so wurde man mit dem überirdischen Bösen in Verbindung gebracht. Weigert man sich heute, so ist man verdächtig, mit dem irdisch politisch Bösen gemeinsame Sache zu machen. Lassen wir uns nicht weiter trennen, denn Trennung ist der Beginn des kriegerischen Denkens, welches der Kult auf alle Bereiche des Lebens ausdehnen möchte. Natürliches Menschsein versus Kult Wir brauchen Wir brauchen neuen, friedfertigen Menschen in seiner wahren Größe, Kraft und Würde, der nichts außerhalb seiner Selbst anbetet und fürchtet. Wir brauchen wieder Menschen, die das Leben und sich selbst lieben und ihren Planeten mit all seinen Lebewesen erneut als Heimat entdecken. Menschen, die sich mit allem und allen verbunden fühlen, anstatt isoliert in einer sinnentleerten Welt zu vegetieren. Ich denke dabei an die Worte des zu Unrecht im Westen vergessenen Genius und Weisen Vivekananda, der Gandhi tief inspirierte und Meisterschüler Ramakrishnas war. Zitat Kinder unsterblicher Seligkeit. Was für ein wunderbarer, hoffnungsvoller Name erlaubt mir, meine Brüder euch so zu nennen. Erben unsterblicher Seligkeit. Der Hindu weigert sich, euch Sünder zu nennen. Ihr seid die Kinder Gottes, Teilnehmer an unsterblicher Seligkeit, heilige und vollkommene Wesen. Ihr Gottheiten auf Erden Sünder? Es ist eine Sünde, einen Menschen so zu nennen. Es ist eine Verleumdung der menschlichen Natur. Steht auf, ihr Löwen, und werft die Täuschung ab, Schafe zu sein. Ihr seid unsterbliche Seelen, frei, gesegnet und ewig. Zitat Ende. Auf die Rettung des Menschseins, des aufrechten Menschen. Um nichts weniger und um nichts mehr geht es nun. Und eines weiß ich sicher. Ich lasse mich impfen. Und zwar mit Liebe und Humor. Sie hörten das Heilige Sakrament der Corona-Impfung von Gerald Ehegartner, gelesen von Sabrina Halil. Der Text ist auch auf Ehegartners Blog nachzulesen. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Ciao, Servus.